Was machst du denn da? Ich weiß nicht, was ich mache! Oh nein! Das ist gerade der Harling! Oh nein, ich hab nicht drauf geachtet, Katja! Ich finde, die Frisur sieht aus wie Ashley. Das sieht aus wie Harle... Das sieht aus wie Wonder Woman! Weißt du, wie wir den Hund nennen? Hm... Du weißt es! Claudio? Nein! Das ist Sailor Moon? Das ist wieder Wonder Woman! Oh! Hey Leute! Was geht? Claudio hier mit... Oh, Katja! Wie geht's dir? Mir geht's gut! Und wie geht's dir? Mir geht's auch gut! Heute haben wir wieder eine ganz coole Mobile-App! Oder Mobile... Heute haben wir wieder ein ganz cooles Mobile-Game! Und zwar nennst du das Ganze... Cats Run! Ich seh schon! Ich weiß ehrlich gesagt nicht wirklich, was mit dem Kätzchen nicht stimmt! Das Kätzchen hat sich anscheinend lange nicht mehr geduscht! Ja, aber warum sind die alle anderen Kätzchen dann... Warum haben die Perücken auf? Warum tragen die Perücken? Ich muss sagen, die Perücken gefallen mir, weil die haben coole Farben, aber... Ich seh mich gerade so wirklich so, als ob die irgendwelche anime-Charaktere sind! Ja, stimmt! Also die Perücken sind von innen raus! Cool! Weißt du was, Katja? Du darfst auch direkt loslegen! Komm! Oh! Oh! Aber nicht wieder in den Dreck gehen, weil das ist nicht so gut! Wir gehen auf eine Perücke! Oh! Oh! Hey, wer ist das? Ist das ein Hund oder eine Katze? Das ist ein Hund, glaube ich! Ein Hund ist neben dir! Du musst weglaufen! Oh, ne Bürste! Ja, ja, ich mein... Ich weiß nicht genau... Achso, warum sind hier die ganze Zeit Hunde? Hab ich's gesehen? Wow, cool! Oh mein Gott! Und guck mal, wie cool sie tanzt! Was auch immer dieses Spiel ist, ehrlich gesagt, also ich finde das ein bisschen komisch! Ich auch! Also ich meine, Kätzchen sind toll! Ja! Und... Aber was ist das? Warum tanzen die so komisch? Warum haben die Perücken auch und warum haben die... Warum sieht's so aus? Warum deine Katze hatte grad einfach so ein Baby-Outfit an? Ja, irgendwie sind die... Regen? Ich glaube... Oder... Musst du das? Oh, oh! Oh, nee! Aber guck mal, das ist ne... Das ist ne... Was denn? Das war ne... Das war ne... Oh, jetzt ist es schön! Oh nein! Oh nein! Was machst du Claudio? Hä? Hoodie! Beautiful! Also das war gerade ein Foto für ein Instagram... Instagram-Post, ja! Ich meine, du siehst ganz cool aus, weil du quasi... Oh! Der Hund lässt uns nicht vorbei! Oh no! Oh nein! Aber Special Epic Skin? Nee, das brauchen wir nicht! Das war gerade Harley-Queen! Oh! Oh nein! Ich hab's nicht drauf gedacht! Das war gerade Harley-Queen! Oh nein! Ich hab nicht drauf gedacht, Katja, es tut mir leid! Alles gut! Alles gut, Claudio! Hast du Katzen? Ich hab keine Katzen, aber ich liebe Katzen! Ja, Katzen sind cool! Ich möchte auch gerne eine Katze haben! Ja, doch! Das ist... Katzen sind sehr schön! Aber ich glaub, du bist ja doch mehr so ein Vogeltyp, ne? Ja! Vögel sind super! Ich liebe Vögel! Also, ich mag auch Vögel! Ja! Und am besten... Am besten wär's schon cool, wenn ich halt beides habe, ne Katze ohne einen Vogel! Aber ich denke, das ist sehr schwierig! Ja! Okay, warte mal! Vielleicht mach ich das sogar besser! Weil mittlerweile... Du kannst ja eigentlich sehen, was gut ist und was schlecht ist! Ja! Oh nein! Das war doch was Schlechtes! Also... Oh no! Oh no! Oh! Aber... Kommst du weit? Ich denke nicht! Oh! Ja, guck mal, ich hab's so gesagt! Ich denke nicht! Weil diese Perücke ist auch nicht so toll und... Oh Gott! Ja! Leider! 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 Weißt du, wie wir den Hund nennen? Hm... Du weißt es! Claudio? Nein! Katja, noch nicht Claudio! Den Hund nennen wir René! René ist der Hund! Okay! Weil der lässt uns auch nicht immer vorbei, wenn wir unten rein wollen! Weil der ist ja so groß und so! Boah nee, bei mir ist es wirklich das Problem mit Donny! Mittlerweile ist es so, wenn wir uns im Flur sehen, also Donny und ich... Ja! Dann... Wir sagen einfach nur so ganz normal dieses Hi! Und dann kommt er einfach nur auf mir zu und versucht mir die ganze Zeit meinen Weg zu blocken! Und ich bin so, Donny, nein! Natürlich ist das ganz ohne Spaß! Oh! Oh! Wonder Woman! Wonder Woman, genau! Das ist Wonder Woman! Das wollte ich auch sagen! Ja! Aber guck mal! Oh! Jetzt sehen die so cool aus! Oh! Das finde ich echt cool! Ja, das hast du jetzt... Oh nein! Eine Bürste... Gerne... Noch ein... Ah! War das... War das das... War das das Gute? Ja! Du hast es geschafft! Du hast es geschafft! Oh, wir haben auch schöne Schuhe an! Guck mal! Aber wenigstens haben wir Schuhe an! Ja! Diese Kettchen haben keine Schuhe an! Und die haben uns... Und die waren... Die waren sehr gemein zu uns am Anfang! So! Ich habe es geschafft! Und du hast es einmal geschafft! Einmal! Einmal! Aber ich... Das war glaube ich Level 1! Deswegen habe ich es geschafft! Weil es eigentlich total easy war! Oh! Ich habe gerade gesehen, wir kriegen gleich den Geschenk... Oh! Was machst du denn da? Ich weiß nicht, was ich mache! Oh nein! Oh nein! Was hast du? Oh Gott! Aber jetzt habe ich ein... Äh! Ist das eine Nähm-Maschine? Hmm! Oh mein Gott! Die sieht so gut aus! Oh! Beautiful! Oh mein Gott! Niniiniiniini! Oh my... Ja! Ihr habt's gesagt! Ihr habt's gesagt! Ist das eine Nähm-Maschine? Oder? Ja! Ist das! Sieht so aus! Ist das! Aber die sieht aus wie... Ein Fen oder wie ein Hydrant auch? Nein, nein, nein. Nein, ich finde, die Frisur sieht aus wie Ashley. Ja, stimmt. Okay, bin ich? Ja, du bist dran. Ich habe das letzte Mal geschafft. Ich glaube, hier sind so die ganzen Daumen hoch. Das schaffst du, vielleicht der Hund nicht unbedingt. Weg. Aber jetzt ist das gut. Ich verstehe das mit dem Hund eigentlich gar nicht. Ich auch nicht. Warum haben wir da Hunde und warum haben wir das auch nicht? Ja, wieder das Wonder Woman. Wonder Cat, hätte ich gesagt. Wonder Cat. Ich meine, das ist eine Katze. Wonder Cat Cat. Oh mein Gott, das ist doch... Wer war das denn überhaupt? Das war Marge Simpson. Ach, Marge, war das cool. Als Kind. Das ist doch cool. Als wir das zum ersten Mal gesehen haben, da dachten wir einfach nur so, was passiert hier? Warum sind die da rum? Hä? Was für Berichten? Und jetzt mittlerweile sind wir so... Das sieht aus wie Marge. Wir möchten das haben. Das sieht aus wie Harley. Das sieht aus wie Wonder Woman. Ich finde, du könntest ja auch mal Marge Frisur machen. Ich? Ja. Kriegen wir das hin? Aber du hast ja dünnes Haar, oder? Bei dir würde das nicht funktionieren. Dann würde ich glaube ich nicht oben stehen bleiben. Das kann nicht... Also ich habe viele Haare, aber die sind richtig... Aber die Härchen sind sehr dünn. Du hast peines dünnes Haar, deswegen mit der Schwiegel. Eva! Bei Eva könnte es funktionieren. Wow! Das ist so cute. Ja, das ist echt gut. Und weißt du was? Du bist dran. Ich bin dran? Oh. Was? Oh mein Gott. Ich finde... Oh nein! Ich feuer das. Vorsicht vor den Mund. Äh... Okay. Äh... Äh... Nein, das ist nicht gut. Äh... Auch nicht gut. Oh, sehr gut. Hä? Instagram? Hey! Ich möchte ein Foto machen. Ich bin doch ein Cheerios-Kätzchen. Wow! Beautiful! Wow, die sieht cool aus! Beautiful! Können wir nach oben? Wir gehen nach oben? Ja! Ihr schafft das! Ihr klatschert wieder, dass das Marsch. Ich liebe den Tanz auch immer. Weiß du mal. Wann? Ich lass mich mal mal schauen. Okay, das reicht gleich jetzt. Wie sollst du denn? Ich möchte es aber noch mehr. Ich will jetzt kurz 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 kurz... Was wir noch als Bekleidung oder als Outfit bekommen könnten. Gibt es einen... Claudio-Anzug. Du hast ja... Alles klar Claudio. Warum haben wir jetzt keinen Outfit mehr? Da kann ich auch gerade. Hä? Wo ist unser Outfit? Hä? Ach da, da ist Matsch Perücke. Komm, gib mir die Perücke. Sehr gut. Okay, okay, okay. Aber es wird schon auf jeden Fall sehr schwierig. Ja, genau, es wird länger. Oh no! Aber vielleicht ist es doch so, wenn du Hunde hast bei dir, dann werden diese Hunde auch eigentlich freundlich. Aber die lassen uns doch nicht da durch. Ich glaube, die lassen uns da durch, weil die waren erstens so richtig wütend und dann je mehr du gekommen bist, dann waren die so cool damit. Okay. Vielleicht ist es so. Ganz verbannend. Gute Theorie. Gute Theorie. Also halt, wir probieren das jetzt einfach. Wir probieren das jetzt. Du probierst das jetzt. Also, das ist so typisch Claudio. Sie sagen einfach nur so, wir probieren das jetzt. Und dann so, du machst das doch zuerst. Du machst das doch, ne? Oh, hä? Wohin gehen wir? Oh, nein. Oh, nein. Oh, guck mal. Jetzt habe ich einen Hund. Oh, nein. Oh, nein. Jetzt habe ich keinen Hund. Oh, oh. Ich möchte jetzt aber einen. Kati, warum hast du das gerade genommen? Was habe ich genommen? Du hast das Schleuchte genommen. Ich habe das Schleuchte genommen. Oh, guck mal. Jetzt sind hier keine Hunde. Oh, nein. Ich glaube, ich habe das nicht. Ich glaube, das wird nichts. Oh, nein. Ich glaube, das ist das niedrigste, was wir jemals geschafft haben. Einfach nur, weil... Oh, nein. Aber wie soll ich denn sonst machen? Können wir hier vielleicht springen? Oh, oh. Wenn wir springen können, dann haben wir uns echt blamiert jetzt. Oh, warte mal. Wir haben hier Schock. Stimmt. Wir haben hier... So doof. Guck mal, es gibt... Oh. Aber hier muss man fünfmal gucken. Was? 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 Ah, da war Minimaus, oder? Ja, das ist Minimaus. Das ist, glaube ich, vielleicht nicht ein Anime. Ich weiß nicht genau. Äh, Lea. Aus Star Wars. Und dann, äh, Adventure Time. Äh, Finn, glaube ich, hieß Lea. Weißt du, wer das ist? Hm. Kommt mir bekannt, aber ich weiß nicht, woher. Shrek. Ah, cool. Ja, die ist echt cool. Das ist so cool. Was noch? Oh. Dann gibt's halt so... Ach so, du kannst auch irgendwie anders aussehen. Oh, wir können aber was umsonsten kommen. Das nehmen wir mal. Okay. Okay, jeder noch eine Runde. Komm. Okay. Eine Runde noch, jeder. Okay, gut. Okay, ich habe... Oh, oh. Nein, nein, nein. Oh nein, warum bin ich so doof? Warum hast du nicht weitergekommen? Aber du kannst es noch schaffen. Komm, jetzt brauchst du alles. Jetzt schaffe ich das? Ja, bestimmt. Yay. Ein Foto. Oh. Ist das Sailor Moon? Das ist wieder Wonder Woman. Oh. Was für Sailor Moon, Claudio. Wir haben es gesch... Ich habe... Also, ich habe es geschafft. Nicht du. Ich habe es geschafft. Als Sailor Moon. Ich möchte jetzt gerade wirklich rausgehen. Ähm, ja. Ich nicht. Jetzt bin ich dran. Jetzt bist du dran. Aber jetzt siehst du so niedlich aus. Vor allem so einfach, ne? Jetzt gerade... Hä? 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 Hm. Warum ist das so easy? Hä? Okay. Und wir haben es geschafft! Juhu! Okay. Ich weiß jetzt nicht, wer genau gewonnen hat. Weil ich glaube, ich habe sie... Wir haben beide gewonnen. Was hat ihr am besten gewonnen? Also welches Outfit? Ja. Ganz klar. Marge Thameson? Ja. Aber... Von den Outfits, die wir nicht gewonnen haben, das ist das Outfit aus Shrek. Ja? Ja. Ich finde... Ich mag es. Ich liebe diese Charaktere. Ich liebe... Also ich weiß nicht. Mir hat Minimus gefallen. Du bist richtig klassisch unterwegs. Ja, genau. Du bist richtig klassisch unterwegs. Ja, genau. Ich bin so... Ich bin nicht wirklich so auf Disney aufgewachsen, sondern ich bin so dieses Kind, was so Shrek gesuftet hat. Ja, Freunde! Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt gerne in die Kommentare. Haben wir uns gut geschlagen. Und welches Outfit hat euch am besten gefallen? Ansonsten würde ich sagen, kommentieren, Glocke aktivieren. Nee, abonnieren, Glocke aktivieren. Und Katja? Wir sehen uns beim nächsten Mal! Ganz genau! Tschüss! Tschüss! Tschüss!